Musik Ein winterliches Hallo aus dem Betrieb Gräubel in Unterfranken. Wie ihr seht, ist unser Weizen und der Ackerfuchsschwanz von einer 10 bis 15 cm hohen Schneeschicht bedeckt. Unter der Schnee ist es auch trotz der deutlichen Minustemperaturen nicht gefroren. Wenn man hier leicht drauf tritt, sieht man kein Frost. Von daher machen die starken Minustemperaturen dem Ackerfuchsschwanz und dem Weizen keine Probleme. Wenn der Schnee geschmolzen ist, werden wir uns die Weizenbestände genauer anschauen und versuchen dann abzuschätzen, wie sich die Herbstbehandlung auf dem Ackerfuchsschwanz ausgewirkt hat und dementsprechend zeitnah entscheiden, wann wir unsere Herbizidmaßabnahme setzen werden. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Musik 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 Musik